Ich habe das schon mal in FIFA 18 gemacht, eine Sprint to Glory, in der ich nur Spieler per Vorvertrag hole. Und das starte ich jetzt eben auch in IFC 24 mit Fortuna Düsseldorf und führe sie so zum Champions League Titel. Servus oder so und willkommen zu dieser brandneuen Sprint to Glory. Ich bereite jetzt direkt schon mal alles drauf vor, dass wir möglichst gute Spieler mit Vorvertrag bekommen, indem ich unser Scouting dementsprechend ausrichte. Für was anderes werde ich unser Geld auch nicht brauchen. Es lohnt sich jetzt auch nicht so richtig, Spieler zu verkaufen. Ich werde es aber trotzdem zumindest ein bisschen tun. In erster Linie geht es aber immer noch darum, das Scouting voll und ganz auf Spieler mit auslaufendem Vertrag zu richten. Dafür haben wir jetzt einen Auftrag mit Stammspielern und einen mit Weltklasse-Spielern. Das heißt, jetzt muss ich nur noch die Scouts in jede Top 5 Liga losschicken. Dorthin sind die jetzt alle unterwegs und fischen uns hoffentlich richtig gute Spieler raus, die wir dann für die nächste Saison mit Vorvertrag holen können. Aber das ist natürlich erst ab dem Winter möglich und deshalb simulieren wir genau da jetzt hin. Während das passiert, kleine Erinnerung, supportet gerne rein, wenn euch das Video gefällt, wenn ihr mehr in die Richtung sehen wollt. Ich plane auch demnächst mal wieder den Sprint to Glory zu starten, in der ich das Ganze nochmal steigere und nur freie Spieler verpflichte. Schreibt mir da gerne in die Kommentare, mit welchem Verein ich das angehen soll. Jetzt geht es aber hier schön zum ersten Mal rein in das Scouting der Spieler für die nächste Saison. Und da sind natürlich jetzt vor allem ältere Spieler dabei, die uns mit ihrer Qualität aber natürlich trotzdem sofort weiterhelfen würden. Ich versuche natürlich trotzdem vor allem die Jüngeren zu holen. Aber jetzt bin ich hier ganz unten an der Liste angekommen und ich glaube, die meisten kann man eh nicht holen. Also die haben wahrscheinlich ihren Vertrag mittlerweile verlängert. Thomas Müller ist da ein Beispiel. Oder Mkhitaryan, Kim Pembe. Der erste Spieler, bei dem noch was von einem auslaufenden Vertrag steht, das ist dann Mats Hummes. Dazu werde ich mir noch an Vasquez, Patricio und Fernando ranmachen. Das sind halt jetzt nicht so sonderlich viele Spieler. Aber meine Hoffnung ist einfach, dass das über die Jahre besser wird. Und dennoch holen wir ja da gerade für Düsseldorf-Verhältnisse absolute Granaten dazu. Die Deals sind jetzt auch alle bestätigt. Aber das reicht mir so jetzt natürlich noch nicht. Wir haben ja auch noch den Stammspieler-Bereich. Und ich werde jetzt auch noch einen mit Weltklasse-Talenten anlegen. Wobei man sonst ja auch immer erst Spiele ab 23 mit dem Vorvertrag holen konnte. Wir können hier ja trotzdem mal reinschauen. Und da findet man dann eben Leute wie Lunin und Musa Diara. Die uns alle beide auch schon richtig weiterhelfen könnten. Der Stammstieler-Bereich überzeugt mich halt jetzt nicht so krass. Ich habe da schon aussortiert, das sind alles Spieler, die man holen könnte. Aber die machen unsere Mannschaft halt nicht wirklich besser. Und klauen am Ende nur den Talenten, den Stammplatz. Das simuliere ich lieber einfach noch ein paar Wochen weiter. Und dann schauen wir dann einfach nochmal in die anderen beiden Bereiche rein. Oha, Leroy Sané. Aber hier steht eigentlich nichts von dem auslaufenden Vertrag. Also ich gehe jetzt wieder jeden Einzelnen durch. Man sieht es ja sofort, wenn man die holen könnte. Ansonsten schmeiße ich die einfach direkt raus. Weil es ist ja gerade ein richtiger Bait hier. Da ist kein einziger Spieler für uns dabei. Bei den Talenten habe ich jetzt zumindest noch Sidney Räbiger gefunden. Der ist aber halt noch zu jung, da kann man keinen Vorvertrag machen. Und selbst wenn ich den jetzt verpflichtet hätte, der wäre eh nur was für eine Laie gewesen. Ja gut, wir probieren es einfach am Ende der Saison nochmal. Da checken wir jetzt vorher natürlich noch ab, wie unsere Mannschaft denn komplett ohne neue Spieler in der 2. Bundesliga performt hat. Wir werden 8er am Ende. Das Ziel des Vorstands war der Direktaufstieg. Also so können wir eigentlich nicht zufrieden sein mit unserer Leistung. In die FB-Pokka sind wir in Runde 2 gegen Hannover geflogen. Champions League und so können wir noch ganz schnell durchgehen. Vielleicht interessiert es ja irgendjemanden. Jetzt rüber in die Teamzentrale. Zur Spielerstatistik hat Vermeid die meisten Buden erzielt. Und es könnte auch sein, dass die nächste Saison erneut unser bester Stürmer ist. Außer natürlich, wir finden jetzt noch jemanden. Und ich hatte mich schon gefreut, aber der zeigt mir jetzt halt lauter Spiele an, bei denen der Vertrag in 12 Monaten ausläuft. Und das bringt uns natürlich rein gar nichts. Die einzige Ausnahme ist Ramos. Den hole ich jetzt aber wirklich nur fürs Feeling zu Düsseldorf in die 2. Liga. Bei den Talenten hätte ich jetzt zumindest noch 3 richtig coole Spieler gefunden. Aber die sind natürlich alle zu jung. Ja, deshalb stelle ich jetzt da das Alter auch um auf mindestens 23. Ich wollte halt testen, ob das immer noch so ist. Aber das heißt, so viele Spieler kommen jetzt gar nicht dazu in der 2. Saison. Und dennoch ist das für die 2. Saison ein Schritt in die richtige Richtung. Und für Düsseldorf-Verhältnisse sind das ja auch absolut krasse Spieler. Die baue ich jetzt natürlich sofort in die Startelf ein. Und dann sieht das Ganze hier so aus. Also allein diese Innenverteidigung, Ramos und Hummels, ist schon komplett legendär. Und jetzt geht es natürlich auch darum, den Kader ein bisschen zu verkleinern, damit wir nicht zu viele Spieler haben. Da werde ich jetzt aber einfach auf das Spielerfreigeben zurückgreifen. Weil warum soll ich mir die Mühe machen und die Spieler verkaufen, wenn ich das Geld dann sowieso nicht ausgebe? Damit haben wir jetzt schon einen echt krassen Zweitliga-Kader zusammen. Aber es ist jetzt auch nicht so, als würden wir damit komplett alles auseinandernehmen. Wir brauchen jetzt echt mal ein bisschen Glück im Januar, dass da viele gute Spieler eben nicht schon vor ihren Vertrag verlängern. Damit die dann alle zu Düsseldorf kommen können. Hoffentlich in die 1. Liga. Ah, es ist ein Kampf. Wir haben 36 Punkte, stehen auf alle Fälle besser da als letztes Jahr. Aber das ist natürlich auch das Allermindeste. Mit Spielern wie Mats, Hummels oder Patricio im Tor. Wobei wir den eigentlich austauschen können. Durch Lunen, der auch noch nicht auf der Transferliste ist. Weil er war gerade so unglücklich, dass ich mir echt Sorgen gemacht habe. Der ist ja schon so ein bisschen unsere Torhüterhoffnung für die nächsten Jahre. Genauso wie wir mit Roberto Lopez im rechten Mittelfeld planen. Ey, aber ich glaube, die Challenge wird echt richtig schwer, wenn das hier so die einzigen Spieler sind, die wir holen können. Früher haben die Vereine halt auch einfach nie selbstständig die Verträge ihrer Spieler verlängert. Das ist jetzt mittlerweile aber anders im Karrieremodus. Und das macht es so extrem viel schwieriger. So schwer tatsächlich, dass wir es nicht geschafft haben, in der 2. Saison die 1. Liga aufzusteigen. Aber das Team sieht halt auch nicht besonders krass aus. Man hat es im Kalender gesehen, wir haben die Relegation gegen den HSV verkackt. Verliert er insgesamt auch ziemlich klar mit 1 zu 5. Die FB-Pokalsieger wird einfach der 1. FC Köln. Champions League gewinnt Real Madrid. Europa League, die Roma Conference League geht an Nizza. Die meisten Tore hat Vermeil geschossen. Der hat halt eine 69. Zum Glück kommt da dann Ben Yedda dazu ab der nächsten Saison. Appelkamp ist natürlich krass. Aber ansonsten hat Düsseldorf nicht viele Talente. Vom Start weg. Und wenn man dann bedenkt, dass ich keine Spieler holen kann, die jünger als 23 sind, dann wird es natürlich extrem schwer. Ich kann jetzt auch einfach nur noch Nemanja Matic verpflichten. Der ist 36 Jahre alt. Dazu kommt noch ein 25-Jähriger, ein 34-Jähriger und ein 37-Jähriger dazu. Wie sollen wir denn so bitte irgendwann die Champions League gewinnen? Aber ruhig bleiben, entspannen, unser Moment wird kommen. Jetzt geht es erstmal darum, in die 1. Liga aufzusteigen. Um auch wirklich alles aus unseren Spielern rauszuholen, werde ich jetzt auch immer noch ein paar Mitarbeiter verpflichten. Geld dafür ist ja mehr als genug da. Und wofür sollten wir das sonst ausgeben? Und jetzt geht es wie jede Saison wieder darum zu hoffen, dass wir aufsteigen natürlich. Aber dass wir hoffentlich richtig gute Spieler verpflichten können. Das schaue ich mir dann gleich ganz genau an. Vorher ein kurzer Blick auf die Tabelle Erster mit 45 Punkten, die Jungs performen. Ja und dieses Jahr ist die Auswahl der Spieler schon echt interessant. Vor allem gibt es auch mal ein paar nicht ganz so alte Spieler, die uns auch langfristig weiterhelfen könnten. Dennoch werde ich auch alle alten Säcke wieder mitnehmen, damit wir auch einen schönen breiten Kader haben. Für die 1. Liga dann hoffentlich. Jetzt muss doch auch mal Schluss sein hier mit Zweitliga-Fußball in Düsseldorf. Und wir werden in dieser Saison erster, let's go! Mit 87 Punkten und nur einer Niederlage steigen wir jetzt endlich auf. Den DFB-Pokal gewinnt leider Leipzig. Gegen die sind wir auch ausgeschieden. Hier der Champions-League-Sieger Borussia Dortmund einfach. Europa League gewinnt Arsenal. Die Conference League geht an Milan. Bei uns der beste Torschütze war Wissam Ben Jeddah. Da bin ich mal sehr gespannt, wie viele Buden Jovic macht. Weil der wird ja unser neuer Startstürmer. Dann ist er einfach zurück in der Bundesliga. Und dazu kann ich jetzt einfach noch Smalling, Thomas Müller, aber vor allem Dario Samiento holen. Die 4. Saison ist die 1. in der 1. Bundesliga. Und genau jetzt kommen halt auch so viele neue Spieler an, dass ich wahrscheinlich ein paar von denen direkt wieder freigeben muss. Jetzt haben wir zumindest mittlerweile so ein paar Talente im Kader. Die möchte ich halt eigentlich auch unbedingt dann in der Startelf sehen. Wobei ich natürlich auch immer Spieler ausleihen kann. Ja, Patrizio würde ich natürlich eigentlich nicht ausleihen. Aber die anderen 2 hier, jetzt habe ich ja doch einfach die bestmögliche Startelf zusammengebaut. Und ich finde, die sieht schon echt ganz vielversprechend aus. Damit kann man es zumindest mal schaffen, überhaupt nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Nach der Saison hören jetzt übrigens auch richtig viele Spieler auf. Da schaut es euch an. Vazquez, Hummels, Zimmermann, Patrizio, Sobotka. Hier gilt es gleich zu ersetzen. Boah, wir sind einfach 5 da. Wir spielen um die europäischen Plätze mit. Let's go. Aber das liegt auch daran, dass sich ein paar Spieler echt ordentlich entwickelt haben. Vor allem Apple kam mittlerweile 85. Der Piara vom Anfang hat auch eine 80 geknackt. Also ich kriege wieder Hoffnung, dass ich die Challenge vielleicht doch irgendwie schaffen kann. Die Transferauswahl ist auf alle Fälle ganz okay. Vor allem merkt man halt, dass es irgendwie viel mehr Spieler werden schon langsam. Von denen werde ich jetzt aber mit Sicherheit nicht jeden holen. Zum Beispiel so ein 73er Kyle Walker können wir auf gar keinen Fall gebrauchen. Man muss sich das jetzt schon ganz genau überlegen. Ich habe jetzt in der Innenverteidigung mal angefangen. Da haben wir sowieso keine Talente. Ansonsten muss ich jetzt aber eigentlich schon eher auf jüngere Spieler setzen, damit sich da langfristig was entwickelt. Weil man merkt ja schon, absolute Weltklassespieler werden wir ungefähr nie per Vorvertrag bekommen. Auch aus dem Grund müssen wir ab nächster Saison im Sturm voll und ganz auf Satriano setzen. Raheem Sterling hole ich jetzt einfach nur als Backup für Chil Dias. Der soll da weiterhin spielen. Rechts vorne will ich unbedingt auf Amadialo setzen, weil der hat halt 84 Potenzial. Trotzdem hole ich jetzt noch Jan Koto, man weiß ja nie. So guter Letzt hole ich noch zwei Sechser. Da ist zumindest der Moro relativ interessant, weil er 28 ist. Also ihr merkt schon, man muss das jetzt echt mit einem klaren Plan angehen. Ansonsten wird das hier niemals klappen. Mit einem Champions League Titel für Fortuna Düsseldorf. Die sich aber ja jetzt vielleicht qualifiziert haben für die Champions League in der nächsten Saison. Es reicht leider nur für die Europa League. Ich finde trotzdem, dass das ein Erfolg ist. Der DFB-Poker holt einfach schon wieder Leipzig. Champions League Sieger mit PSG. Die Europa League gewinnt Leverkusen. Die Conference League Manchester United. Ja, Euro League nächste Saison wird schon auch geil. Aber Bader hat einfach die meisten Tore geschossen. Den sehe ich halt eigentlich nicht mal in der Startelf. Ja, da müssen wir natürlich auch immer ein bisschen aufpassen. So und so werde ich nächste Saison auf alle Fälle auch einige Spieler wieder freigeben. Weil sonst wird der Kader aber auch wirklich viel zu groß. Aber ich habe jetzt gerade doch nochmal ein paar wirklich interessante Spieler gefunden. Und damit meine ich ganz bestimmt nicht hier Toni Kroos, Fabian Scheer. Die helfen uns nicht weiter. Einen von denen könnte man theoretisch holen. In erster Linie will ich aber unbedingt Mohamed Diomond haben. Das könnte so in Richtung der richtigen Aussprache gehen. Und Sforza ist eigentlich auch krass mit 84 Potenzial. Ich glaube, da hole ich jetzt sogar gar keinen von denen. Damit am Ende hoffentlich auch wirklich die zwei spielen. In der mittlerweile fünften Saison hier. Auf die Saison habe ich jetzt wirklich so richtig Bock. Und nicht nur deshalb, weil wir international vertreten sind. Sondern natürlich auch wegen den vielen richtig guten Spielern, die jetzt neu dazukommen. So, hier stelle ich mir die absolut perfekte Aufstellung vor. Und dementsprechend müssen wir jetzt den Kader aussortieren. In der Innenverteidigung gebe ich mal Tim Oberdorf frei. Cavalio kann weg. Genauso wie Yannick Engelhardt. Den Punkt brauchen wir auf keinen Fall noch. Ja, und viele Spieler kann ich auch einfach gar nicht freigeben, weil die ihre Karriere beenden. Was ich aber auf alle Fälle kann, ist noch richtig viele Spieler ausleihen. Auch teilweise welche, wo man sich denkt, hä, warum? Jovic ist doch der beste Stürmer, den du hast. Lopez ist doch der beste rechte Flügel, den du hast. Aber ich möchte da halt lieber auf jüngere Spieler setzen. Und wenn ich die Besseren dann nicht ausleihe, dann klauen die den Jüngeren die Spielzeit. Ja, und komm, Luis Alberto verkaufe ich jetzt einfach. Der will ja unbedingt weg. Also ab zu realisieren, ist ihr Dab mit dir. Wir planen sowieso mit ganz anderen zentralen Mittelfeldspielern. Und hoffentlich finden wir eh gleich wieder einen noch besseren ZM. Komm, wie hat sich die Mannschaft entwickelt? Ja doch, und vor allem Kauto, oder wie auch immer man den Brasilianer ausspricht, als Rechtsverteidiger. Wir haben sonst niemanden im Kader. Der kann die Position spielen. Und ich kann ihn jetzt auch endgültig dazu umformen. Das ist halt ein richtig, richtig guter Rechtsverteidiger. Jetzt besteht eigentlich nur noch unsere Innenverteidigung komplett aus alten Säcken. Und im Tor bräuchten wir fast auch wieder einen Jüngeren, weil Lule in 28 ist. Aber ein bisschen was ist aus dem auf alle Fälle noch rauszuholen. Wir sind nur Siebter in der Bundesliga. Aber ich habe halt auch ein paar bessere Spiele ausgeliehen. Ich habe extra in Kauf genommen, dass wir jetzt vielleicht noch nicht so gut performen. Es dann aber hoffentlich langfristig besser wird. Ich bin jetzt wieder beide Scoutingberichte komplett durchgegangen. Aber irgendwie funktionieren die auch nicht so richtig. Da ist immer gefühlt die ganze Fußballwelt drin. Und es läuft vielleicht so bei jedem Zehnten der Vertrag aus, wenn überhaupt. Und daraus darf ich jetzt nochmal auswählen. Und ich habe mich da jetzt für Dumfries, Alaba, Zouma, Gaia, Colpani, Morera, Jorke, Laborat, Lokelso und Duncan entschieden. Also schon echt wieder richtig viele Spieler. Aber die meisten davon sollen nur Backups sein. Mal schauen, ob da am Ende der Saison nochmal jemand dazu kommt. Und ich frage mich auch, wann die ersten Regents da auftauchen. Bis hierhin hatten wir noch keine. Satriano ist leider verletzt. Wir wurden erneut Tabellenfünfter. Wir spielen also wieder nur Europa League nächste Saison. Im DFB-Pokal war hier Schluss gegen Dortmund. Champions-League-Sieger wird Leverkusen in der Europa League. Sind wir Arsenal-Sieger? Hätten ja auch wir gewinnen können. Aber wir sind gegen Anderlecht im Achtelfinale rausgeflogen leider. Nach einer ziemlich starken Gruppenphase so eigentlich. Top-Tor-Schütze bei uns in der Mannschaft ist Appelkamp. Bester Vorlagengeber ist Adli zusammen mit Appelkamp. Also zum Glück hatten wir Appelkamp hier zum Start direkt. Jetzt ist es doch endlich mal so weit. Es tauchen hier die ersten Regents auf. Aber wirklich holen kann ich davon keinen. Ja, ich habe im Prinzip jetzt nur Andrich und Diego Carlos gefunden, die uns beide nicht weiterhelfen. Also das war es damit von dieser Saison. Wir machen ja sowieso sofort weiter mit der sechsten Saison. Und wie jedes Jahr müssen wir mit den ganzen Neuankömmlingen den Kader jetzt wieder so ein bisschen neu planen. So stelle ich mir da auf alle Fälle die Startelf vor. Und dementsprechend wird jetzt auch wieder ausgeliehen. Und da klappt auch alles nach Plan. Damit springen wir in den Januar. Ihr kennt das Schema mittlerweile. Dann ziehen wir uns hoffentlich gleich ein paar krasse neue Spieler. So als Tabellenneunter. Ey, das gibt es doch nicht. Wir müssen uns hier irgendwann mal für die Champions League qualifizieren. Und nachdem ich so ziemlich die ganze Fußballwelt wieder durchgeschaut habe, bin ich schlussendlich bei drei Transfers nur gelandet. Paul Lopez und Ledesma als Backup-Keeper. Und ich möchte in der Innenverteidigung unbedingt ab sofort auf Tarek Buchmann setzen. Der ist 23,81 Potenzial. Das können wir nach oben pushen. Deshalb verpflichte ich jetzt auch extra keinen Lukas Klostermann. Und die ganzen anderen Spieler helfen uns auch nicht wirklich weiter. Das wären alles nur Backups und wir haben da jüngere Spieler für die Positionen. Wir müssen zum Glück mittlerweile nicht mehr wirklich diese alten Leute holen. In erster Linie geht es darum, dass sich unsere aktuellen Spieler entwickeln. Wobei das bis jetzt schon ein bisschen enttäuschend abläuft. Ich hoffe, da kommt jetzt endlich mal ein bisschen mehr. Ja, das Team an sich ist eigentlich schon ganz gut. Das sind schon wieder teilweise die Spieler so extrem unglücklich. Das ist irgendwie auch ein neues Problem in der EFC 24. Aber gut, wir werden halt auch nur Sechster am Ende. Da wäre ich auch unglücklich. Für das, dass unsere Mannschaft eigentlich gut ist und auf lange, dass ich die Champions League gewinnen will. Es geht halt absolut nicht mal ansatzweise in die Richtung. Wir haben uns noch nicht ein einziges Mal für den Wettbewerb qualifiziert. Und in der Europa League sind wir auch noch nie so besonders weit gekommen. Top-Torschütze ist Appelkamp, bester Vorderangeber. Duncan, aber für Dortmund Kolpani bei uns. Aber wie heftig war Duncan bei Dortmund denn bitte? Leider hat das keine Einwirkung auf sein dynamisches Potenzial, weil es ja bei einem anderen Verein war. Aber ich glaube, ich werde in Zukunft nicht mehr nach Spielern am Ende der Saison schauen. Weil das dauert immer so ewig lange. Und ich mache das ja schon im Sommer, da jeden Spieler durchzugehen. Weil das Scouting irgendwie auch nicht richtig funktioniert. Der zeigt ja einfach endlos viele Spieler an, bei denen der Vertrag eben nicht 0 bis 1 Jahre noch geht. Der einzige halbwegs Interessante, den ich jetzt gefunden habe, ist Manuel Akanji. Aber wenn ich den jetzt hole, laufen wir halt wieder Gefahr, dass Tarek Buchmann nicht spielt. Deshalb werde ich jetzt davon absehen. Natürlich ist die Innenverteidigung dadurch eine klare Schwachstelle bei uns. Ich wurde auch gerade beim Weg in die neue Saison noch entlassen. Das darf natürlich nicht fehlen bei einer EFC 24 Sprint to Glory. Also auch die Challenge könnt ihr auf der Konsole wahrscheinlich einfach komplett vergessen. An der Wunsch-Startelf in dieser Saison gibt es zwei Veränderungen. Sforza kommt rein, denn der hat 86 Potenzial und natürlich Buchmann. Ausleihen werde ich Jovic, Samiento, Dio, Monten, Doi und Duncan. Man muss jetzt auch mal sagen, dass der automatische Trainer vom Gefühl her hier wirklich hart reinscheißt. Und auch einfach nie so richtig auf unsere besten Spieler setzt. Und dann entwickeln die sich halt auch nicht so krass. Wobei das Team jetzt schon endlich mal halbwegs ordentlich aussieht, bis auf die Innenverteidigung natürlich. Da geht es jetzt gleich darum, einen Nebenmann für Buchmann zu finden. Zumindest einen Innenverteidiger darf ich ja dazuholen. In der Liga sind wir Vierter, aber haben halt schon einen Abstand von 8 Punkten zum FC Bayern. Gut, das wäre ja schon mal ein Fortschritt, wenn wir uns einfach nur für die Champions League qualifizieren würden. Diese Saison sind die Neuverpflichtungen für nächstes Jahr schon richtig interessant. Also vor allem halt nur ein Bamba, der ist zwar 6er, aber kann Innenverteidiger spielen und ich werde ihn auch umformen. Dann ist das unser neuer Nebenmann von Tarek Buchmann. Links vorne gab es diesen Knesowitsch, der erste Regen hat eine 83. Und Aklejuch als Backup. Ich hätte noch deutlich mehr Spieler holen können. Vor allem ist halt Markus Resch von jetzt endlich mal ein richtig krasser Spieler. Aber der ist 32, hat eine 87. Und bei uns spielt links vorne ja Jill Diaz. Der hat eine 86 und ist 28. Von daher lohnen sich die ganzen anderen Kandidaten hier nicht. Aber ihr merkt, jetzt entwickelt sich auch schon langsam endlich mal eine gute Innenverteidigung. Das ist möglicherweise das fehlende Puzzlestück. Womit wir dann nächste Saison vielleicht den ersten Angriff auf die Champions League wagen können. Aber dafür müssen wir uns in dieser Saison jetzt natürlich noch für den Wettbewerb qualifizieren. Es muss jetzt mal Schluss sein mit Europa League Fußball in Düsseldorf. Buchmann ist hochgegangen auf eine 78. Und let's go, wir werden vierter. Das ist jetzt immer noch nicht krass. Wir sind 20 Punkte hinter dem ersten. Aber es reicht dafür aus, dass wir nächste Saison mit dabei sind in der Champions League. Endlich, Mann. Dieses Jahr hat die Napoli gewonnen gegen West Ham im Finale. Also da ist es auch möglich, dass mal Düsseldorf am Start ist. Wobei wir im Viertelfinal der Europa League mit 5 zu 0 gegen Marseille insgesamt rausgeflogen sind. Also eigentlich ist die Mannschaft doch richtig gut. Teilweise checke ich die Ergebnisse so überhaupt nicht. Vor allem haben wir den 91er Appelkamp mit dabei. Ja, aber dann sehe ich halt, dass Lopez 33 Einsätze hatte und Lunin unser deutlich besserer Keeper nur 13. Das zeigt halt schon wieder, warum wir bis hierhin so ein bisschen zum Scheitern verdammt sind. Der automatische Trainer hat einfach überhaupt keinen Bock. Wobei ansonsten geht's klar, also es ist wirklich nur auf der Keeper-Position extrem fragwürdig gewesen in dieser Saison. Aber gerade auf der Torhüter-Position bin ich auch mit am meisten enttäuscht, was die Spieler angeht, die man mit Vorvertrag verpflichten kann. So sehen die wenigen Transfers für diese Saison aus. Noam Bamba wurde mittlerweile auch zum Innenverteidiger hochgeformt, ist hochgegangen auf dem 82. Das sieht doch nach einem Team aus, was in der Champions League mal mindestens um den Titel mitspielen kann. Also die Gruppenphase müssen wir eigentlich überstehen. Aber mal abwarten, wir alle wissen, im Karrieremodus ist komplett alles möglich. Boah, das Team sieht schon echt gut aus mittlerweile. Buchmann hat die 80 geknackt. Trotzdem sind wir in der Bundesliga nur 8er, was zur Hölle. Immerhin ist der Abstand jetzt nicht extrem riesengroß zur Spitze. Im DFB-Pokal sind wir auch noch mit drin. Und in der Champions League stehen wir im Achtelfinale. Treffend da auf Manchester City wurden Kupp ein zweiter Punkt gleich mit Chelsea. Also wir sind schon ein Spitzenteam mittlerweile. Was anderes kann man eigentlich nicht sagen. Wobei die Bundesliga-Tabelle das dann wiederum nicht so richtig hergibt. Aber da bestimmt ja auch der automatische Trainer die Startelf. Wenn man sich hier die Statistik mal wieder anschaut. Geht es aber auf den ersten Blick eigentlich ziemlich klar. In den Champions League-Duellen werde aber natürlich gleich ich die Startaufstellung komplett festlegen. Vorher hole ich aber noch zwei Backup-Innenverteidiger und einen richtig krassen Stürmer mit Lautaro Martinez. Und klar, da setze ich jetzt dem jüngeren Caio Jorge, einen älteren, besseren Spieler vor die Nase. Aber er ist halt auch schon 28. Ich muss die Qualität einfach mitnehmen. In der Innenverteidigung ist das eine andere Geschichte. Da hätte ich jetzt Lisandro Martinez holen können mit einer 87. Da habe ich mich aber dagegen entschieden. Habe stattdessen lieber relativ junge Backups geholt für die Position. Wir setzen weiterhin voll und ganz auf Buchmann und Mbamba. Die zwei sollen uns jetzt auch in der Champions League gegen Manchester City richten. Aber das ist natürlich schon mit der heftigste Gegner, den man bekommen kann. Hier sehen wir auch deren Aufstellung. Also das ist eine richtig, richtig gute Truppe. Eine die insgesamt wahrscheinlich sogar besser ist als unsere. Und so verlieren wir das Hinspiel zu Hause auch direkt mit 2 zu 1. Also gegen ManCity rauszufliegen wäre jetzt keine Schande. Auf lange Sicht ist das aber natürlich ein Klub, den wir irgendwann mal schlagen müssen. Um da hinzukommen, wo wir hinwollen. Und es geht denkbar knapp aus. Mit 4 zu 3 insgesamt fliegen wir raus gegen City. Damit kann ich leben. Aber nur solange wir uns dann auch nächste Saison wieder für die Champions League qualifizieren. Und das wird noch eine richtig schwierige Aufgabe. Irgendwie funktioniert jetzt auch das 99er Manager Rating links oben nicht mehr. Wodurch ich in der Rückrunde in jeder Woche gefeuert und wieder eingestellt wurde. Also wirklich in jeder Woche. Aber die Liga Tabelle zeigt halt auch warum. Wir werden nur Achter. Ich checke dieses Spiel nicht. Schaut doch mal unser Team an. Das ist wahrscheinlich das Beste in der Liga. Es würde mich wundern, wenn ein anderes Team nach so vielen Jahren auch nur ansatzweise so gut ist. Vor allem schaut die Kaderbreite an. Der automatische Trainer kann doch gar nicht so viel verkacken. Wie zur Hölle sind wir dann so schlecht? Tabellen 1. wurde der FC Bayern. Jetzt schauen wir uns mal den Kader von Bayern an. Die haben im Angriff Martinelli und Kien. Die sind gut, aber da haben wir auch Spieler ungefähr auf dem Niveau. Im Mittelfeld haben sie noch ein paar gute Leute. Jamal Musiala carried natürlich. Das ist schon eine gute Mannschaft, ne? Nicht falsch verstehen. Aber die ist jetzt nicht wirklich besser als unsere. Weil unsere ist ja eigentlich auch richtig krass. Vor allem auf jeder Position. Hier über die Taktikvorlagen kann man es auch vergleichen. 85, 84, 80. Wir haben 85, 85, 83. Also sind da überall mindestens gleich gut. Aber nächste Saison werden wir einfach keine Champions League spielen. Wir werden einfach überhaupt nicht international vertreten sein. Wie ist das möglich? Wie soll ich so diese Challenge jemals schaffen? Ich hoffe, das hört jetzt in der neuen Saison auf mit dem dauernden Rausgewärfe. Wobei das Manager-Rating ist oben schon immer noch ein bisschen verbuggt aussieht. Hier im Posteingang steht auch einfach Entlassung noch vom 30.06. Also mal schauen, was passiert. Erstmal kommen natürlich die Spieler mit Vorvertrag an. Von denen schafft es zumindest Lautaro Martinez erstmal in die Startelf. Aber ich denke, der wird ja tatsächlich nicht lange bleiben. Am 7.7. werde ich wieder rausgeworfen. Also vielleicht muss ich jetzt doch mal kurzfristig zu einem anderen Verein. Um dann erst wieder zu Düsseldorf zurückzukehren. Ja und so schaffe ich es dann nicht mehr irgendwie einen Spieler auszuleihen. Also werde ich jetzt mal eben kurz Trainer bei Schalke. Und jetzt kehre ich erst zu Düsseldorf zurück. Und jetzt passt das Manager-Rating auch wieder. Ich hoffe aber, dass ansonsten jetzt dadurch keine Bugs entstanden sind. Jetzt musste ich halt die Scouting-Aufträge komplett neu einstellen. Und Mitarbeiter brauchen wir auch wieder. Aber wenigstens kann ich jetzt wieder normal weiterspielen. Und mir im Winter 2032 ein paar neue Spieler für die nächste Saison raussuchen. Und die Spieler dieses Jahr sind echt krass teilweise. Also vor allem in der Innenverteidigung mit Tomori und Bremer. Die sind halt aber beide 34. Jetzt ist die Frage, hole ich die? Die nehmen dann natürlich Buchmann und Mbamba die Spielzeit weg. So Jungs sind die aber halt auch nicht mehr. Sind beide 26. Ich glaube ich hole zumindest Tomori. Der ist aber noch mal in der Gesamtstärke besser. Und Bremer lasse ich dann aber weg. Fürs Tor schnappen wir uns Robert Sanchez als Backup. Und dann hole ich auch noch Manuel Locatelli. Wegen seiner doch ziemlich hohen Gesamtstärke. Und dann ziehen wir durch. Damit diese Saison auch möglichst schnell vorbei ist. Denn wir sind ja in keinem internationalen Wettbewerb vertreten. Das muss sich jetzt aber ändern. Und Düsseldorf wird immerhin Vierter. Ich verstehe immer noch nicht, warum wir nichts mit einem Meisterschaftsrennen zu tun haben. In keiner Saison, aber gut. Immerhin Vierter Platz. Damit muss man sich erstmal zufrieden geben. Europa-League-Sieger, Conference-League-Sieger, Top-Torschütze. Morera tatsächlich. Bester Vorlanggeber Appelkamp. Bei dem man halt auch bedenken muss, der ist mittlerweile 31 Jahre alt. Also Schönlands, da müssen wir die Champions League jetzt mal gewinnen. Weil sonst verlieren wir einfach unseren mit Abstand besten Spieler. Der wird natürlich auch bald anfangen abzubauen. Und deshalb wird das unsere Saison. Wir nehmen jetzt so richtig alles auseinander. Das ist zumindest mein Plan. Aber ob unsere Jungs das auch so umsetzen können? Ich meine, eigentlich finde ich die Mannschaft so krass, wie die aussieht. Und das sind nur Spieler per Vorvertrag. Ja, Fünfter in der Liga. Sieben Punkte hinter dem Ersten ist schon wieder nicht so krass. Immerhin sind wir im Pokal noch drin. Und in der Champions League stehen wir auch im Achtelfinale. Wurden da Gruppenzweiter hinter Milan. Haben jetzt mit Liverpool einen starken Gegner vor uns. Also so 100% Performance ist das immer noch nicht. Und ich verstehe es nicht. Schreibt da mal gerne eure Erfahrungen mit IFC24 in die Kommentare rein. Ach und Diallo ist jetzt weg. Was für Wechsel zu Bayern München. 135,4 Millionen. Das hat natürlich gerade noch gefehlt. Der hat eine 90. Und spielt jetzt beim direkten Konkurrenten in der Liga. Perfekt. Zum Glück haben wir Knesevic. Spieler für die nächste Saison hole ich natürlich auch wieder. Und zwar richtig viele dieses Mal. Wobei davon keiner wirklich für die erste Elf ist. Bis auf Anthony vielleicht. Wobei der auch nur genauso gut ist wie Knesevic. Und das vergehen ja noch ein paar Monate. Bis Anthony dann bei uns ist. Also eigentlich ist er auch nur ein Backup. Daran sieht man finde ich schon, wie extrem gut unsere Mannschaft mittlerweile ist. Jetzt musste die PS nur auf den Rasen bringen. Im Duell mit Liverpool. Und das tun unsere Jungs. Wir gewinnen das Hinspiel mit 3 zu 1. Aktuell sieht alles richtig gut aus. Auch die Ergebnisse gefallen mir. Vielleicht ist das ja jetzt der Moment, in dem sich diese ganze Situation endlich mal dreht. Und 2 zu 2 im Rückspiel reicht uns für den Einzug ins Champions League Viertelfinale. Und da ist der Gegner der FC Barcelona. Hier seht ihr deren Team. Das ist schon ganz nett. Aber jetzt mal ernsthaft. Ich bin mir sicher, dass unsere Mannschaft so viel besser ist. Was die Gesamtstärken angeht. Und das zeigt sich direkt 3 zu 0. Endlich läuft es hier mal so, wie ich mir das vorgestellt habe. Gerade auch noch ein Sieg gegen den HSV. Generell haben wir in dem Monat jedes Spiel gewonnen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir jetzt noch gegen den FC Barcelona ausscheiden. Wir machen die insgesamt mit 6 zu 1 platt. Und im Halbfinale wartet jetzt PSG auf uns. Die haben hier natürlich immer noch Kylian Mbappé. Donnarumma im Tor. Dembélé auf außen. Das ist eine harte Nuss, die wir knacken müssen. Und Knesevic ist verletzt. Für den stelle ich Abba da rein. Der ist zum Glück auch nicht so schlecht. 2 zu 1 Sieg auswärts. Jetzt dürfen wir einfach nur nicht verlieren im Rückspiel. Ich glaube, da fehlt Knesevic noch. Danach ist er wieder fit. Genau in 4 Tagen geht es wieder bei ihm. Bedeutet, er wäre ready für ein mögliches Champions League Finale. Und genau da sind wir jetzt. Heilige Scheiße war das schwer. Das bis ins Finale zu schaffen. Jetzt muss ich das natürlich auch noch gewinnen. Auf ultimativer Schwierigkeit. Zum Glück haben wir eine richtig starke Mannschaft. Ich bin auch schon sehr auf den 93er Appelkampf gespannt. Wie der da gleich gegen Real Madrid performt. Ich würde heute jetzt noch gerne die deutsche Meisterschaft gewinnen. Denn die fehlt ja auch noch komplett. Die haben wir noch nicht einmal gewonnen hier mit Fortuna Düsseldorf. Schafft es diese Mannschaft jetzt endlich diesen wichtigen Titel zu holen? Ich klicke auf die Bundesliga und Fortuna Düsseldorf ist deutscher Meister. Mit 79 Punkten werden wir Erster. Den DFB-Pokal haben wir aber leider nicht gewonnen. Da war Schluss im Viertelfinale gegen Wolfsburg, die das Ding am Ende auch gewinnen. Champions League Finale wissen wir ja. Europa League Sieger ist Manchester United Conference. League Sieger West Ham. Boah, was ist das für eine Legendentruppe bitte? Ist vielleicht nicht so schlau, das jetzt schon vorm Finale zu sagen. Knesevic geht auch richtig ab. Bester Vorranggeber natürlich Schinter Appelkamp. Unglaubliche 10 Saisons hat es gedauert, bis wir jetzt endlich mit Fortuna Düsseldorf im Champions League Finale stehen. Und der Gegner könnte nicht passender sein. Also es ist einfach Real Madrid, die Königlichen. Die gilt es jetzt zu schlagen. Und dass nur mit Spielern, die ich per Vorvertrag geholt sei, das muss es doch sein. Aber wie zur Hölle hat er den denn bitte gehalten? Jetzt Schorge mit seinem Strahl. Da kann auch Thomas der Keeper nichts mehr machen. Düsseldorf liegt vorne. Let's go. Ich bin aber auch im kompletten Try-Hard-Modus. Dann hätte das aber eigentlich das 2-0 sein müssen. Aber die Offensive macht das gut. Jetzt muss nur noch die Defensive funktionieren. Aber die funktioniert überhaupt nicht. Die erste Chance für Real Madrid. Und es fällt einfach direkt der Ausgleich nach einem Freistoß. Aber wir haben ja gesehen, wir können uns durchaus Chancen gegen die rausspielen. Den noch einmal rüber. Und dann rein das Ding. Schon wieder der Kaju. Wenn der noch eine Glatze hätte, ich würde ihn Kaju nennen. Nun enthält auch mal einen. Und sichert uns damit die Pausenführung. In der zweiten Halbzeit springen wir jetzt einfach direkt in die 78. Minute. Denn bis hierhin gab es keine Torchancen. Aber es darf von mir aus gerne so weitergehen. Wobei ich natürlich schon aufs 3-1 gehe. Gut gespielt. Nochmal rüber. Das Ding Schfurzer. Der macht den in der 85. Und das war sie dann auch. Die Entscheidung für Düsseldorf. Damit haben wir es geschafft. Und es war wirklich eine unfassbare Challenge. Eine, wo ich zwischendurch eigentlich nicht dachte, lass uns überhaupt packen. Aber dann auch eine extrem geile. Vor allem, weil wir halt so viele Spieler mit dabei hatten. Die man sonst einfach nie sieht. Ich habe auch mal ältere Spieler geholt. Ich habe jüngere geholt. Natürlich nie so richtig junge. Aber das geht natürlich nicht. Die müssen mindestens 23 sein. Aber gebt mir gerne Feedback dazu in den Kommentaren. Wie fandet ihr es? Lasst gerne Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt mir die Kommentare rein, was ihr sonst noch so sehen wollt. Und mit welchem Verein ich dann nur freie Spieler holen soll. Ich weiß auch gar nicht, ob das schwieriger oder einfacher wird. Ich meine, es muss eigentlich schwieriger werden. Aber mal schauen. Wahrscheinlich wird es relativ ähnlich. Wenn ich es in einem von zehn Saison auspacken wie hier, dann bin ich zufrieden. Aber irgendwie ist es in ihr FC24 generell schwieriger geworden, zu performen mit einer Mannschaft im Karrieremodus. Ist zumindest mein Gefühl. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Berlecht. Wer die letzte Folge der Bielefeld-Karriere verpasst hat, der findet die hier. Darin habe ich einige Spieler verkauft. Deshalb müssen wir den Kader so ein bisschen umbauen. Ich brauche also eure Hilfe. Ja, wir haben so ein bisschen die Hinrunde durchgezogen. Also sollte man nicht verpassen. Wer es schon gesehen hat, hier ist extra noch ein anderes Video.